Willkommen zu einem Dings, was niemand mehr auf YouTube zu sehen ist. Bestimmt nicht, die Atari Challenge. Und ich werde gleich verrecken, das sehe ich kommen. Wir spielen das Ganze ja nicht alleine, sonst wäre es keine Challenge. WTF, wo bin ich? Ach, da bin ich. Ist das eine Challenge? Es ist jetzt eine Challenge, das habe ich so geschlossen. Mit dem... Dankeschön, dass du mich fragst. Jetzt weißt du es. Ich will da unten nicht lachen. Doch, willst du? Mit dem Minarion Hadi. Ich bin Atari-Spiele von früher. Und diese Erzählerstunde, die ich versuche zu imitieren, geht mir gerade selber auf den Sack. Nicht zu vergessen sind sie in neuer Grafik. Na gut, über neu. Ich glaube, mir leckst du total irgendwie gerade einige andere Seiten des Bildschirps. Nee, ich lecke mich, ich fliege einfach wirklich so. Wirklich? Was? Nein, ich bin sehr froh. Noob. Ja, sagt der, der hier irgendwie... funktioniert und er muss irgendwas mit Facebook machen. Also lassen wir es einfach. Wir sehen uns gleich. Wir haben keine Ahnung, was es ist. Äh, ich jedenfalls nicht du. Ich auch nicht, obwohl ich früher einen Atari hatte. Also ich vermute einfach, dass es so ist wie bei Replay. Was man damals immer zur zweiten Refair-Bedingung dazu bekommen hat. Ich weiß auch gar nicht, wie man steuert. Wer ist die? Wie man steuert. Ich habe schießen gefunden, Alter. Ich töte dich. Wir sind so behindert eigentlich. Ich schieße dich ab. Äh, aber warum kann ich dich nicht treffen? Ich wusste... Du lebst hier? Mit dir? Ja, natürlich. Aber ich merke gerade, du kannst deine Raketen noch kurz steuern. Ich kann gerade in die Garage fahren. Niemand hat die Tastenspray meine Chance. Ah! Hey, die kann man ja wirklich reinfahren. Ja. Ah! Alter, hier geht es ja nicht weiter. Das hast du wundervoll. Das hast du schon erkannt. Alter, dass man die Raketen dann nachher noch steuern muss, das wird ein total. Ich steuere sie nicht. Doch du hast die Aniszen, so tun sie keine Kurven fliegen. Alter, meist unbewusst. Never bist du. Irgendwo. Das ist ja auch offensichtlich. Das ist ja auch offensichtlich. Das ist doch ein Spiel. Das ist Combat. Nee. Doch. Ich weiß es nicht. Ich zerstöre dich. Ich zerstöre dich. Aua. Jubel. 1,1. WTR. Jetzt freut er sich. Ja, total. Wir sehen uns ja gleich, wenn wir wieder die nächste Lobby haben. Willkommen. So gut, bye. Let's go, fill. Nein. Weil das heißt, hast du in unserer Rät wieder wirklich wieder, du weißt? Also, ja, ich bin kaputt. Oh weh, du kannst dich jetzt mit Raketen bewerben. Das finde ich dumm. Ich weiß, Simon, was es ein bisschen kommentiert geht, aber... YOLO. Also, ich spiele mit der Maus. Da ist mir gerade... Äh, was machst du gerade? Ich schieße. Ja. Bestimmen wir länger überlebt. Du musst gerade nicht... Ich stelle. Warte. Ich bin auch gestorben. Ich verstehe gerade gar nicht, wie das jetzt hier im Scheißspieler Modus funktioniert. Du. Ah, ich hab das Spiel. Es kapiert. Gut für den Beckham-Fanzer. Den interessiert für die Stadt. Ja, ich hab gewonnen, wie auch immer. Okay, ich glaub, jetzt leiden wir uns über, als eine typische Runde Punkt zu spielen. Richtig, und deswegen sehen wir uns gleich. Oh, cut. So, willkommen zurück bei der Atari-Challenge. Pong. 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 Deine Kugel bleibt immer kurz stecken bei mir. Pong. Die Aufnahme musst du dir anschauen beim Pong, das geht gerade gar nicht klar. Pong. Pong. Ja, der Junge ist manchmal ein bisschen Pong. 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 Oh. Kannst du mal sehen. Ganz flutschig. Ganz flutschig. Flutsch am Weg. Den Film hab ich mir wirklich mal angeschaut. Was? Hast du die angeschaut? Es gibt ja diesen einen Kartonfilm. Flutsch am Weg. Es geht um da gerade in der Kanalisation. Kenn ich leider nicht. Ich weiß nicht, was du für Filme guckst. Ich kann schon filmen. Ich find den da wohl nicht gut, ne? Speed-Un. Scheiße. Ja, noch zwei Punkte. Ah, spielen wir bis sieben. Sag das doch. Hä? Es geht nur bis sieben. Sag das doch. Hä? Hä? Hast du jetzt einen Punkt gerade bekommen? Ich bin gar nicht aufgefallen. Dankeschön. Da ist vielleicht die ganze Zeit schon viel. Nein. Kannst du nicht auch mal irgendwann eine Spielshow im deutschen Fernsehen, wo du dann das so mit Singen machen musstest? Je höher du gesungen hast, dass du Höhe gegen das Heckpad. Ja, sowas gab es mal. Ich weiß nicht. Das ist bei mir so eine Family Show. Ja. WTF. Ich glaub, die hat sogar hier... Wie heißt er nochmal? Wer macht Haribo Werbung? Gottscholl. Genau, Thomas Gottscholler. Das glaube ich nur mit ihm moderiert. Du, das ist jetzt nicht. Matchball. Vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Ja. Hä? So, da passt. Ich weiß jetzt nicht, wie es stand. Ich glaube... 2-1. Kann man, du... Aber überlegen wir mal. Lunarländer hab ich gewonnen. Ja, danach. Haben wir... Acomit gefährt, hast du gewonnen? Ja. Danach. Acomit haben wir irgendwie beide gewonnen. 2-3 und dann hast du schon gewonnen. 3-2. Yeah. Wir wissen zwar jetzt nicht, was uns das bringt. Er ist der Gewinner, sage ich jetzt einfach mal so. Und die Max-Möhnchen. Nö, ich will das auch noch machen. Klar. Ah. Voll die Challenge. Muss man die Seite verlinken. Ja, und dich auch noch. Siehst du, das sind zwei Liegen. Denn am Ende muss wir das Eigenwärm dran machen. Let's play Final Fantasy. Ich komme doch alle auf meinen Kanal. Wenn jetzt nicht, dann schieße ich euch. Aber das nur am Rande. Er weiß ja natürlich auch, wo gewohnt. Deswegen sage ich, mit dieser wundervollen Stimme, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann und ciao. Ciao.